Was für ein göttliches Wesen. Habte der mir gesagt, wir müssten Fraktionswechsel machen und ich hätt's gemacht. Überleg grad, ob der vielleicht gar nicht gestorben ist, wenn er noch gerettet werden könne. Weiß ich nicht mehr. Kontakt. Rogue. Ist auch Lamo Jack? Ja. Schützt mich. Zwei Sekunden, eine Sekunde und... Ich hab 9,6k Crit bekommen. So wir mal retten. Was ist das für eine explosive Bolzen? Psst. Geht weg. Ich babbel mich. Ein Schamane. Ja, ein Schamane hat mich gewonnen. Der hat explosive Bolzen. Jupp. Ich dachte, das wären die Jäger. Hätte ich auch gedacht. Wo bin ich denn weiter? Ich trau mich nicht mehr an Schamane, Leute. Wo bist du jetzt? Freethoof Main Base. Ja. Ähm, komm mal Lumberjack, Menschen. Jupp. Wieso? Wieso, brauche ich gar nicht anfangen zu healen. Ja. Alles totes. Ach, kann er durchschießen. Nichts klar. Ich bin so zu streit verwirrt, wenn man so was. Bleib mir noch tapfer. Da unten. Boah. Ich bin jetzt Schmiede. Ich sterbe an den Dots. Was ist das für ein Dot? Für 642 Sieg vom Feral. Wann macht die nicht so schön genug Damage? Seriously. War das nicht eben ein Hunter? Ja, danach kommt noch ein Feral. Den habe ich dann danach auch noch getötet. Oh Mann. Ja, jetzt wo ich meinen tödlichen Stoß habe, ist einiges mehr möglich. So. Wo wird es gespawnt? Äh... Stelle. Wo bist du hingegangen? Schmiede ich komme. Schmiede. Schmiede ich mir nicht drauf? Schmiede ich nicht mit dem Feral. Jaa, dann nach dem Feral. Schmiede ich mir nicht. Ich schwer. Schmiede ich mir nicht. Jaa, dann nach dem Feral. Deswegen bin ich im Laufe... Jaa, dann nach dem Feral. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich schreibe dich noch. Ach komm. Oh mein Gott, ich bin noch ein Schamann. Oh mein Gott, ich bin noch ein Schamann. Oh mein Gott. Ich möchte mich nicht auf die Dynamik der Schlacht hier konzentrieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin noch ein Schamann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, große Kacke Nein Autsch Ich schneite mal Goldmine Oh, Mann Goldmine vielleicht Was warst du? Goldmine Ja, warte ich jetzt nicht Dabei machen die gar nicht so viel Insgesamt an Schaden Ich bin noch der wertvollste Spieler Aber Was nutzt es Wenn die Welt selbst Zur Asche fällt Ich komme Irgendwas schnappen Die Flammen war uns Schmiede Schmiede ist gut Man, hier sind es sneaky Attempts Ach, Fade Hat noch nie geklappt Aber wenn es mal klappt, dann können wir in Zukunft sagen Einmal hat es geklappt Wie die Wiederherstellungsfolgen zirren bei Windows Das funktioniert aber nicht Das nur da, um Leute abzulegen Ich will sie auch groß wiederherstellen Achtung, das sind schon mal Ich bin wieder da Ich bin wieder hier Oh, oh, oh Tschüss Huch 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 Versuchen wir nochmal Schmiede Mua Oh Oh, hallo Ich kann ihn mal nicht retten Jetzt bin ich im Pfahlenkreis Ja, tschüss Anwühle, einfach nur anwühle Drei Sekunden halt durch Ich halt durch, oder? ach man weißt du das mit dem cooldown vom blinzeln und mit dem charge ist auch in keinem verhältnis warum ist charge so selten? charge ist so 13 sekunden oder so. viel zu oft winzeln ist in meiner 10 sekunden. naja. was haben wir parlas? im nichts. wenn schneller laufen und das ist jetzt holi so ein komisches sprint den ich immer noch richtig schade ich glaube man rift 13 sekunden. aber wenigstens wieder zwei charge set, ja. weil das ist eigentlich an sich nicht das spiel, nur dass man den charge schon braucht um an den mage überhaupt ranzukommen. aber wenn es nicht gerade ein super brainer auf karspiele ist. ist es hier. tolles thriller. bist du hier bei der schmiede? oh mein gawd. tschüss röder. hättet ihr dich gerade gesehen mit namen und so und ach jetzt spawnen ja wenn ich zwei fronten kriege. 18.000. also auf diesem auf dieser stufe ist es mit dem damage und heal in keinem verhältnis. beziehungsweise was hp angeht. naja man muss sagen vier level höher noch. naja dann ist man so bei 10k. naja dann könne das schon gehen mit der gegenseite. ich find den shamanen dabei, dass du da 9,8k kriegst. was versuchst du jetzt? lumbajig menschen! das ist ne gute idee. wir sind gar nicht so weit zurück, find ich gut. oh gott ein shamanen. das ist der, das ist der, das ist der kohler. kohler, gib mir mal weg. hat er, hat er, hat er, hat er mich wieder geschützt. tschui. angst, ich hab jeden geführt. tschui. 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 sind wir schon tot? ich bin schon tot. ja. haha. aaaa. vielleicht komm wieder halt durch. wie viele dbs du noch nehmen? ich glaub, wir schaffen's. Ich hab so für den letzten Cent alle das ausgegeben Da kommt dir der Tod gerade recht Und das macht mich zum wertvollsten Ja zum wertvollsten Spieler Also was Heel angeht ist er ein Haben das wohl die Leute erkannt dass Heel nicht mehr so The way to go is Oh ja Das ist ein kleiner Unterschied Oh der ist wieder so ein Schamane Oh der ist der Typ Guck mal hin was machen wir Wo bist du Ich bin Lumberjack Mansion und sterbe Ich komme Ich hab den Schamanen mitgenommen Tötschüller bitte sieht mich nicht Puh Komm in meine Richtung Oh Ich hab noch ein Mage oder so mitgenommen Noch mehr konnte ich nicht machen Weil so Krieger da muss ja immer ein Gegner in der Action dran sein So ohne Healer Schon tot Oh Gott Ich hab ein leeres Glas schon geworben Kein Problem es kann weiter gehen Kannst du jetzt klar sein wie ich soll ja ein Konzept gemacht Und ich kurz wieder fangen Okay jetzt bin ich wieder eins Und ich kurz wieder fangen Wie es wie außen mir aussieht Ob er das Kaugummi probiert Er ist sogar oben stärker gepanzert als unten Oh mein Gott Was in der reflektierenden Oberfeld zu gesehen hast Hm Ja wenn man schon keine Ach du ich seh dir ne Stelle Video Bist du Stelle? Ich bin auch hier ja Nice Wer ist das ein Paladin Ich muss da rein Für 4 Und Ich muss ja jetzt um die Ecke So, genau Ich muss ja jetzt um die Ecke Ich bin jetzt voller Vorrücke Okay Never die Ich glaube Never I will never die Warriors never die alone Nein, er muss auftanken Oh, der ist ja mit zusammengebrochen, das hat er nicht verkannt Wo bist du? Ich bin da Da ist der Schamane, den muss ich mir scharmen Ich bin noch vor dir gestorben, da hab ich alles richtig gemacht Ich komme immer gar nicht in eine Rotation richtig zu beenden